Ja, mit A Fireside Christmas sind wir zurückgekommen aus der Pause. Haben Sie alle Weihnachtslieder erkannt? I will be home for Christmas, the Christmas song, Frosty, the snowman und Rudolf, the red-nosed reindeer. Ja, und nach diesen vier amerikanischen Weihnachtsliedern machen wir nun einen Sprung 140 Jahre zurück in die bergige Welt des Salzkammerguts. Dort gab es damals noch keine Skilifte, keine Hotels. Die Menschen führten ein karges Leben. Man hatte die Wahl, entweder im Salzbergwerk oder als Bergbauer tätig zu sein. Nur im Winter, wenn die Tage kürzer wurden, da saß man abends in der Hütte im Haus am Kachloben und spielte gemeinsam Advents- und Weihnachtslieder. Und inspiriert von diesen Volksliedern schrieb der geistliche Antron Reidinger ein Krippenspiel. Er benutzte eine damals bereits bekannte Melodie und schrieb den Text, es wird schon gleich dumper. Ich wollte dieses wunderschöne, volkstümliche Weihnachtslied unbedingt bei unserer Weihnachtsgala spielen. Und schrieb eine Version für Gesang, Akkordeon, Gitarre, vier Waldhörner und den Sehendchor. Meine Damen und Herren, genießen Sie dieses wunderschöne Weihnachtslied. Es wird schon gleich dunkel oder wie man in Österreich sagt, es wird schon gleich dumper.